Herzlich Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei BetoGamble. Heute ist Freitag, ich spiele Free Fire Max und ich würde sagen, wir spielen eine Runde Battle Royale Ranked und dann auch CS Ranked. So wie immer. Wenn ein anderer was vorschlagen möchte, für nächstes Mal kann er ja schreiben. Gut, dann bis gleich. Viel Spass. Battle Royale geht los. Ich nehme immer diese, ich nehme immer die Kisten, die mir angezeigt werden. Oder ich renne zu den Haufen, der mir von dem Computer vorgeschlagen wird. Da kann ich mal nach da unten hin. Da kriege ich auch gleich was Besseres. Und Waffen darf ich nicht wechseln. Also sprich, nicht austauschen. Ich darf das zwar zwischen 1 und 2 mal wechseln, aber nicht... Okay, wo muss ich nachweichen? Au? Ich kann sagen, ich habe das nicht mehr angezeigt. Bist. Keine Worte. Lügen haben lange Nasen, oder? Danke bei ihm. Keine Worte. Keine Worte. Spieler. Das ist schlecht. Und gleich looten darf ich auch. Okay. Gut, jetzt sind wir schon mal sehr gut ausgerüstet. Wo musste ich hin? Ich habe ja sowieso schon Waffen. Das ist gut. Das war's. Ich würde mal sagen, das war nicht so gut. Geht zu CS Ranked. Jetzt wird es besser. Stimmt. Oder auch nicht. Schauen wir mal. Platz 27. Egal. Egal. Okay. Geht wieder gut. Schwarz. Geht wieder los. Betroyal Ranked. Ich habe keinen Kampf gefunden bei CS Ranked. Kein Kampf gefunden bei CS. Und das sind jetzt schon fast 10 Minuten. Kommt, dann mache ich ganz einfach normal. Eine Runde CS Ranked. Äh. Bear Ranked. Ich habe gesehen, dass man wird immer noch gesussitert. Woran liegt das? Ich habe die Einstellung jetzt gerade schon geändert gehabt. Geht einfach nicht weg. Sobald die Maus da zu sehen ist. Fängt das Bild an zu wackeln. Ich spiele jetzt eine normale Runde. Auch mit Sachen einsammeln. Wie ihr seht. Ach nee. Die brauche ich nicht. Denn ich möchte ja auch mal gewinnen. Obwohl in Graz das schon gut aus. Nur die KI hat da übelst viel schade gemacht. Die brauche ich nicht. Die hagi nicht. Die brauche ich nicht. Oh, ich bin gar kein Film mehr. Das war's für heute. Ja. So, dann tun wir es looten. Ich habe schon ja keine Munition, ach ne. Ich habe schon keine Munition, ach ne. Ich habe schon keine Munition, ach ne. da ist einer, ok, schauen wir mal nach da oben kommst du runter? ok, level 3 vom gewehr da ist noch einer hier seh nichts da ist ein spiel mit drauf dann werde ich mal was besseres suchen müssen wieder hoch ok ein spieler ist hier ein spieler macht nicht viel das ist so ein spieler wie ich eigentlich immer spiele mit sniper und voodien mit sniper und voodien was für gewehre sind wir? nur die karen und hier eine schrotflinte eine schrotflinte bei der mp schiebt sich was welche waren hier? ach, hier ist die Torge die ist doch mal nein die möchte ich behalten warte mal zack und jetzt nochmal öffnen jetzt die Torge nehmen das rausschmeiß was ich nicht brauche ok hier ist nochmal looten vielleicht gibt es da ja mehr munition für mich 23 munitionen wird zwar reichen ok 43 voll meine tasche ist voll noch nicht ganz aber ich brauche erst die level 2 tasche naja ok ok das ist auch schon mal nice wo ist das spieler ist das schon tot oder nicht? ah da ist ja fgh schön durchgenommen das ist eine die 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 Ja. Okay. Da ist noch einer bei mir. Der kommt hier gleich runter. Sein. Hmm. Weg ist ab. Ja. Not hier. Ich habe immer noch nicht den größten Rucksack. Aber das sei jetzt auch egal. Wir sind jetzt schon fast am Ende. Ich muss runter. Ja. 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 Danke schön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen wenn du beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann mit euch. Viel Spaß und auf bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020